hi hallo zu einer neuen forest folge ja willkommen zurück wir gehen jetzt wieder hoch ins lager hoffentlich finden wir zurück ja aber ich bin ein bisschen enttäuscht weil da war eigentlich voll der eingang voll der fette wurde voll intelligent und dann hast du da nichts drin eigentlich ja aber ich finde schon mal cool dass es so mechaniken gibt dass man so in die tür aufmachen kann so kommen wir hier hoch kann man hier irgendwie doch der tag jetzt hoch da geht es nur andersrum irgendwie nicht in die pache okay ja auch hier sind die zwei flaschen ja okay da geht es wieder ins wasser rein ist man das ist echt schwer weil du einfach unter wasser kein licht hast und das ich hoffe dass wir wieder zurückkommen weißt du noch die eine stelle wo wir beinahe verreckt werden scheiße sie ist jetzt hier oder erste mir ist es leer haben wir hier eine flair aus und kann man nicht ich habe keine ahnung wo ich hinschwimmen einfach gerade aus und immer schon nach oben wegen wieder gehen man kann nach oben ja okay das war noch nicht die stelle ich hab das keine ausdauer mehr ich hab die ganze zeit keine ausdauer oh scheiße ich kann gar nicht mehr schnell schwimmen oder so ich auch nicht du bist mal beim wasserfall wieder okay jetzt kommen die blöde stelle aber da könnte man was trinken das hilft ein bisschen gegen auch wenn du kein durcht hast ähm hä ich kann da nicht trinken ok ich auch nicht stimmt ne ich kann nicht trinken kannst du nirg ist hey cool lowest energy ich hab da vier sodas gefunden siehst du die auch schon wieder schön und hier ist ein snack hier ist ein snack nice geil das wäre sau hilfreich jetzt friert es mich schon wieder das kann es doch nicht sein ich schütze hält nix aus der junge achtung ich bin gerade an nicht dass du in meine fackel stehst so inventar ich esse mal alter jetzt habe ich voll viel soda mann voll geil ich habe auch neun stück ich habe acht stück alter dann trinke ich mal eine nur um meine energie voll da ist die energie wieder voll richtig geil hammer man jetzt geht es mir wieder gut jetzt können wir weiter machen komm wir haben jetzt auch gut ich habe jetzt auch wieder energie bist du aufgewärmt ja ok dann mache ich die fackel aus und los geht es wird spannend hoffentlich kommen zurück hatte ich sie gerade gar nicht ich weiß echt nicht wo ich hinschwingen soll ja auch nicht irgendwann wenn man anderen mit kopf dann irgendwann mal wieder und ja einfach gerade aus einfach nur gerade aus das ging glaube ich immer ganz gut alter ich sehe gerade nichts ich weiß gerade nicht wo der eingang von der höhe war ich auch nicht wo bist du hä wo bist hä ah hier kann man nur kurz zwischen pause machen oh gott oh gott ich sehe wieder nix ich auch nicht ich friere wieder das ist ja verkacke ich auch ich habe dich gar nicht an das geht gar nicht das war ich gar nicht vorhin aber da war doch überhaupt kein anderes feuer dann da ich weiß es nicht renn du mir mal rein vielleicht geht es nur dann wenn du es mit absicht machst jetzt ist es aus oh gott weiter geht es jetzt bin ich verwirrt wo geht es weiter da ich komme mit hier ich sehe hier licht ich weiß nicht ob wir da hergekommen sind da sind wir doch hergekommen sicher ja ich habe voll die probleme gerade wo ist denn jetzt der komische absteige wo wir gerade waren scheiße hier ist er glaube ich gewesen doch 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 dann war sie ok ich werde schon wieder ich werde schon wieder am fliehen ja das kannst du jetzt nicht sein meine preise na gut natürlich ist das wasser bestimmt schon kalt wird bestimmt so an die 5 grad haben ein ganzes stoff alter also ich muss es jetzt tun einer bleibt hier stehen der andere geht ins wasser und dann spürt der eine eine flair und der andere muss ein bisschen gucken Achtung ich schmeißte flair wie tief sicher dass wir bei den von den lichtern hergekommen sind ja doch da kommen wir her ich habe doch überall ja da müssen wir jetzt echt tauchen ja dann tauchen wir da jetzt aber hier geht es irgendwie nicht doch hier ich hab's warte wo bist du wo bist du bist du bist du bist du da bist du naja oh fuck ich hänge oh scheiße alter ich bin gleich ertrunken ach ja gut da geht es noch mehr oh ja 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 ooooh ich habe es geschafft ah ich bin da oh gott sei dank oh ich auch und ich friere wieder wie Hölle alter ich auch macht irgendwelche geräusche bevor man erfriert oder so ich glaube nicht okay ich glaube eher dass man da einfach nur leben verliert irgendwann mal also ist mir noch nie passiert aber ich mache die fackel an ja das war jedes aufgebrauchte man kann ja wenn du ins wasser gehst machst du die aus und du kannst du noch mal extrem viele flaschen man lol das ist aber der rucksack das ist der scheiß rucksack nein ach man nicht dein ernst der fahrt die ganze satire hier so wieder zurück oder soll man noch mal zurück oder ja doch ich muss jetzt zurück gehen das soll wie sieht denn das aus wie sieht denn das aus man wie behindert also ich habe eine taschenbombe wo ist jetzt eine taschenlampe ich habe die auf einmal drin gehabt ich habe eine geile taschenlampe hast du dir nicht doch die habe ich irgendwo mal aufgesammelt ich nett ist ja nice jetzt habe ich so eine taschenlampe eine fackel und voll viele sachen in der hand ich auch okay warte wie tut man das denn jetzt aus equip ich habe jetzt das ding ja ja das sieht wohl kacke aus alter sieht echt scheiß aus hast du deins auch rüste mal deins auch aus ich hab's doch schon ne ja bei mir sieht man aber nix ich sehe nur einen ganz normalen rucksack an bei dir equip ach so halt jetzt also na gut dann ja aber sind die flaschen aufgefüllt ich weiß das gar nicht also ich habe es gerade also so eine flasche musste auch aufhören oh man gott ich tue einfach immer wieder draufklicken ich auch ja die sind aber alle weg nicht dass das da wie viel staat man denn da kann man die taschenlampe unter wasser benutzen ja wie geil gott sei dank warte ich komme zu dir oh ja alles ist schon alles viel einfacher ganz am anfang war das jetzt habe ich wieder hunger das kann doch nicht sein ich auch aber da irgendwie taucht er da langsamer kann das sein die taschenlampe ist so geil man das sieht ja auch alles viel anders aus guck unsere absteige alle wissen so hält und ist mein taschenlampe ist aus wieso also würde oder wie direkt weiter weil hier waren wir schon und vielleicht ist ja wieder da vielleicht ist das punkt ist wenn man mega geil man kann das probieren nope direkt weiter ich bin ich viel zwar gerade aber das stückchen stimme ich noch jetzt bin ich wieder hier habe wieder hunger und ich friere wieder und ich habe keine ausdauer Ich glaube da brauchst du Batterien, das kann sein, oder? Ja, stimmt. Ja, du brauchst Batterien. Ähm, jetzt bin ich wieder von mir. Da bist du. Ach da. Kommen wir nicht von... Sind wir hier richtig? Gott, ich sehe wieder nichts. Ja, Gott zack. Aber ich glaube, eigentlich würde ich lieber da ein bisschen das Feuer benutzen, weil die Taschenlampe kannst du auch ein Ding... Ja, ja. Equip. Hallo? Aber die Taschenlampe kannst du unter Wasser verwenden, weißt du? Aber wie kommen denn das Feuerzeug wieder ausrüsten? Ja, auf i und dann auswählen. Ja, wo ist denn das? Ich sehe es nicht. Ja, bei dem Geld und so. Links. In der Nähe von der Taschenlampe. Ah, da. Leiter, genau, ja. Alter, das will ich jetzt wissen, ey. Doch, das ist jetzt... Und da mag ich jetzt noch runter in die Höhle, ne? Wollen wir mal das Feuer anzünden, weil mir Arsch kalt ist wieder. Ja. Ja, gut, jetzt fahren wir mal wieder schnell da. Alles möglich, geht ja schon. Fuck, wo ist das Feuer hin? Ach da. Und man die ganzen Leute, die jetzt die alte Folge angeschaut haben. Ja. Und genau gewusst haben, dass da was liegt und... Oh Gott. Ja, ich weiß, ich habe das nicht gesehen. So, warte, nochmal kurz wärmen. Ich bräuchte jetzt... Ah ja, stimmt. Ich kann noch Energie auffüllen mit uns. Und so, da. Voll geil. Ich habe voll Hunger. Ja, ich auch. Mega, Mann. Alter. Brauchen wir unbedingt was zum Futtern. Okay, Energy habe ich mir gemacht. Los geht's, oder? Los geht's, ja. Warte, Taschenlampe auswählen. Equip. Ich glaub, der macht das unter Wasser automatisch an die Taschenlampe. Echt, das wäre mega nice. Bei mir schon, ja. Ja, doch, stimmt, das ist recht. Weil das ist tief hier. Okay, warte. Ähm... Hallo? Bist du noch bei mir? Ja, ich bin noch bei dir. Alter, voll stockfinster. Ja, Alter, ich sehe hier grad... Warte, ich fliege... Ich tue mal nach links, dass irgendwas hell ist. Aber dass das nicht alles so gestochen unscharf ist... Oh, Alter, das könnte ein bisschen schärfer sein, ja? Ja, ein bisschen schon, ne? Alter, wieso kannst du so schnell schwimmen? Ja, weil ich hier Ding mach, Sprinten. Ja, ich auch, aber irgendwie... Komm mir hier schon vor. Ey, hier ist Ende, oder wie? Oder... Was liegt hier oben? Ich sag mir jetzt nicht, dass hier einfach... Ach, ein Seil, okay. Ich schwimm mal wieder hoch. Vielleicht sind wir ja schon ganz woanders. Das weiß man ja jetzt nicht. Oh, ist da vielleicht noch was? Der Rest ist halber. Schwimm ich einmal wieder hoch. Da ist ein Seil. Also... Sind wir woanders? Alles klar. Vielleicht sind wir jetzt in der... zweiten Höhle, oder was? Ich weiß es nicht. Hier ist nochmal ein Seil. Was, ich kann keine Seile mehr mitnehmen? Ja, ich hab auch, ich hab auch Seile. Man kann nur vier Seile mitnehmen, Ernsthaft? Ich weiß es nicht, das ist... Ich hab... Ich nehm das Ding mal wieder... Unequip... Unequip... Ne... ich friere wieder. Magst du ne Fockela machen? Ja! Kann man irgendwas mit Zeilen bauen? Überleg grad. Knowshoes, Cliver, Rapid-Foorboots Rockback Da kannst du ein Ding machen, Rockback oder wie, aber kein Stickback oder wie? Ja, da steht Rockback Traurig ist das denn? Oh ma, hör mal Ernsthaft? Wie baut man das? Warte, ich schau mal schnell nach Irgendwas wird man doch mit Zeit bauen können Fallen kann man bauen, okay, das ist das, was ich nicht brauche Du könntest die in Bogen bauen, da bräuchte man Rope Was, echt, wie, was brauche ich dazu? Stick, Stick Dick, Close and Rope Ah ja, Tatsache, jetzt habe ich auch Das ist Stick, 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 Stick Aber war das jetzt schon wieder? Oh man, oh man Ja, ich glaube hier geht's Ja, hier Ich hätte eigentlich gedacht, dass da vielleicht nochmal was cooleres kommt Ja, vielleicht kommt jetzt oben noch was Ja eben, wir sind da extrem tief gewesen Warte, ich tue das Ding rein, ich bin jetzt mal wieder Ja, ich hab's noch gelegt Ja, da kontrolliert die Musik Schneck Irgendwas haben wir entdeckt Ja Ach, ein Lager Lagerfeuer Ja Oh, ich, achso, und so ein Eingeborenenhaus Ja Der fotografiert sowas Ich meine ja nur, ne? Der hat eine Kamera dabei und fotografiert sowas Ja So, ich hab's jetzt mal wieder weggetan Alter, mich schon wieder tauchen Du hast es grad weggetan Ernsthaft? Hey, was ist das? Achso, das tut nicht los So Und rein mit uns Wieder rein, ja Hier geht's lang Ich hab keine Ausdauer mehr Ey, schon wieder nicht Das ist jetzt nicht dein Ernst Krass Ich hab doch vorhin erst so'n scheiß Soda-Ding getrunken Geht's hier unten? Ne, hier geht's wahrscheinlich nicht weiter Oh, wie lange man tauchen kann, das ist schön Ja Und die Taschenlamp ist auch geil Da unten bist du wieder ins Zeil Ja gut, Zeile brauchen wir nicht Kann nicht wieder Vielleicht findest du ja hier unten einen Snack Alter, wie lang ist denn die Höhle? Okay, zum Glück hat man da das Atemgerät Wahrscheinlich ist es einfach Alter, nicht dein Ernst Achso, hier geht's schon nach oben, oder? Oh Gott sei Dank Alter, voll das kleine Loch, Alter Ja Was? Ich komm nur Oh Gott Oh Gott Nicht dein Ernst Nein Ist ja geil Nein Nicht Okay Hier sind die ganzen Enten jetzt Alter, voll viele Enten, Alter Alter, hier ist Alter, hätte man das gewusst Das ist doch mal nice Ich will ne kack Ente Kannst du den mit nem Bogen abschießen? Ich hab keine Pfeile, das ist mein Problem Oh Meinen Bogen, hab ich gesagt Ich hab nur noch ein Was, hä? Ich hab nur noch einen Pfeil Hm, die haben keine Angst vor uns Weg da, weg da, weg da Ja, ich hab doch Voll daneben geworfen, ne Komm, kommst du her Kann es aber nicht aufnehmen Und da was kann ich's nicht aufnehmen Ja, ist doch wurscht Ich hab's gekillt, das Teil, aber ich kann's nicht aufnehmen Schauen Alter, wie geil Sind wir einmal die komplette Oh, schön Bären Oh, Gott sei Dank Das ist jetzt gerade das rechte Aber es finde ich jetzt cool, dass in diesem Teich Das ist alles, was so verbunden ist und so Das hat was Bären, mh, Auslau und Futter Ist ja Hammer Okay, das war das Gefühl Aber ich hab ja immer noch das Atmgerät an Also ich esse hier die ganze Zeit gerade giftige Bären Richtig, ne Bei mir sind das die blauen Bären, die guten Bei mir nicht Überall nur die guten Bären Holy shit Bei mir nicht, aua Ich verreck hier gerade vor So, ich bin schon Wieder Du bist wieder schlechte Bären Du bist ja so Du bist einfach einen schlechten Magen, du Opfer So Ich hab Ich bin wieder voll, ne Voller Ausdauer, volles Essen, volles Trinken Oh Nee, trinken ist noch bei mir ein bisschen Schön, richtig nice Ach, nicht trinken Mich würde es interessieren Hier war doch das Kackding Von Lagern mit dem fetten Viech, oder? Stimmt, ja Scheiße Das sind Pilze, die essen wir auch mal Ja, Gott, zack Ich brauch echt einen Speer Jetzt pass auf Gut, also das sind jetzt giftige Pilze, die habe ich nicht vertragen So, ich schau jetzt mal Da ist wieder Der Lager Ne, ist kein Toter Oh, da laufen sie schon Da laufen sie schon Oh shit Ups, sie haben mich gesehen Sie haben mich gesehen Oh, die kommen auf mich zu Wo bist du, wo bist du Wo bist du, Mann? Shit, 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 shit Die kommen auf Oh Komm mit mir Au Ähm Equip Die sterben Ach, ich glaube Da wäre ein Hase Oh, Mann Was? Wir sind Ah, ne, gerade jetzt ist die Müsste die Folge vorbei sein Ungefähr Das ist ein Hase Ja Scheiße Schön Das ist noch ein Hase Oh Mach mal der Luch Scheiße Ähm, die Folge wäre jetzt eigentlich vorbei Auch Oh yeah, ich habe ein Luch Sehr schön Ich habe auch ein Luch Ja gut, dann würde ich sagen Wir beenden den mal ganz schnell Ja, das war eine schöne Runde Schöne Höhle Ist was eigentlich auf dem Boot Da habe ich gar nicht nachgeguckt gehabt Das Boot habe ich gar nicht gesehen Ich auch nicht Gut, das schauen wir noch mal schnell an Hm, okay Und jetzt ist da eigentlich noch ein Boot Wenden wir Nein, da hinten ist doch noch was Ein Seil Also, hallo, geht ab Das ist ein Seil Toll, gerade das, was wir nicht brauchen Jetzt Hey, das ist eine Höhle, nein, Spaß Das wäre, das ist Alter, das Da wäre ich, hätte ich Wäre ich echt nicht, hätte ich echt nicht gedacht Das ist, dass wir hier rauskommen Ja, oder dann auch so nah Irgendwie, ich dachte, wir sind Voll am anderen Eltern in der Welt oder so Möchtest du hier vielleicht in hier einen sicheren Abstand Die Folge band, man lauft sich schon wieder rum Ja, 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 gut, dann komme ich zu dir Warte Wie bist du da hoch gekommen? Entspannlich Okay, ich auch Ja gut, dann bedanke ich mich wieder Fürs Zuschauen Dann sieht man sich hoffentlich wieder bei der nächsten Folge Jo, also dann Ciao